Liebe Freunde, ich hoffe ihr seid gut ins Jahr gekommen und ins neue Jahr 2018. Hallo, herzlich willkommen im Jahr 2018. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Guts & Glory, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich bin gespannt, was wir diesmal erleben werden. Wir waren heute, wir waren beim letzten Mal ein bisschen auf Wiedergutmachungstour und heute werden wir uns eine ganz besondere Map anschauen. Wieder eine Curry-Map, also vielen Dank für die ganzen Bauten, liebe Freunde. Muss ich einfach immer wieder sagen, denn heute geht es in die Eiswelt. Dein böser Klon hat dich in eine Eiswelt teleportiert und dir die Musik gestohlen. Alles, was bleibt, ist das Heulen des eisigen Windes. Schaffst du es, deinen Klon zu besiegen und die Musik zurückzuholen? Liebe Grüße, Nustafel. PS, mit den Jungs ist es schwierig. Warte mal, haben wir das nicht schon gespielt? Haben wir das nicht schon gespielt, Alter? Ich guck mal. Hallo? Spiel? Darf ich dann auch mal vielleicht? Ja? Spiel? Ich weiß, du hast Bock. Ich hab auch Bock. Wir haben alle Bock, aber... Hallo? Hallo? Spiel? 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 Hey, Spiel, komm. Lass mich spielen, komm. Lass mich spielen. Spiel, komm. Spiel. Hey, tu mir einen Gefallen und lass mich spielen, okay? Komm, Spiel. Ja, komm. Jawohl. Komm jetzt. Spiel, hey. Hey, Spiel. Hey. Danke. Echt nett. Mit den Jungs ist es schwieriger, deswegen machen wir es erstmal... What the fuck? Komm, wer macht's mit den Jungs? Scheiß drauf, Alter. Wir gehen direkt aufs Ganze, Mann. Pan hat Bock. Ab in 2018. Was sind das denn für Dinger, Alter? Es pfeift nur der Wind, liebe Freunde. Es ist sehr glatt und es pfeift nur der Wind. Wir haben unsere kleinen Scheinwerfer. Die Windschutzscheibe schützt gerade noch. Noch, sag ich. Denn, ähm, es lauern schon sehr viele Gefahren. Auch dieses Sägeblatt vor unserem Auto. Aber das soll nicht allzu schlimm sein. Oh mein Gott. Das war ein schwarzer Schneeball. Was können wir nur tun? Es ist sehr rutschig. Alter, es ist wirklich sehr... Ich bremse. Ich bremse. Stopp. Alter. Ich bremse. Ich geb kein Gas mehr. Ich fahr rückwärts. Dancing on Ice. Äh, warte mal. Was ist hier los, Alter? Ich bremse. Der Mond, wie schön. Alter, ich hab gebremst. Jetzt ohne Scheiß. Wir müssen, glaube ich, sehr, sehr langsam sein. Kann das sein? Also, wir müssen, glaube ich, sehr, sehr aufpassen. Ich probier's noch mal. Das Problem ist, wenn ich zu langsam fahre, dann passiert genau das. Ich kann nämlich nicht lang... Also, ich muss... Ich muss langsamer fahren, aber sonst sind wir zu schnell. Aber sonst werden wir... Wenn ich langsamer fahre, werden wir dann vom Pfeil getötet. Was soll ich tun? Ich bin in einer Zwickmühle. Wo ist die Musik? Wenn die Musik jetzt da wäre, dann wäre alles gut. Alles wäre wunderbar. Ich versuche mal gar nichts zu machen. Ich mache gar nichts. Ich mache original nichts. Nichts. Warum fährt das Auto rückwärts? Ich mache wirklich nichts. Ich mache nichts. Null. What the fuck, man? Was... Wo sind wir hier? Ach, ich bin ja eh schon... Ach so, ich bin ja schon tot. Ja gut, das erklärt natürlich einiges, warum ich nichts mehr machen kann. Alter, Kevin, ey. Nicht dein Ernst, ey. Herzlich willkommen 2018. Herzlich willkommen. Alter. Oh, das war knapp. So. Mit Turbo. Schön schnell durchfahren. Ab durch den Checkpoint. Ein bisschen rechts fahren. So, Checkpoint ist da. Ich mache mal original nichts. Wobei, ich mache doch mal ein bisschen was. Weihnachtsmann! Nein! Jetzt habe ich auf den Weihnachtsmann geachtet. Alter, da ist der Weihnachtsmann geflogen. Wie cool! Ich will dem Weihnachtsmann hallo sagen. Aber der ist eigentlich immer scheiße zu uns, ne? Wenn wir Gatschen, glaube ich, spielen. Deswegen sollten wir eigentlich ein bisschen aufpassen. Aber der Weihnachtsmann, Mann! Es war wirklich der Mann, der jetzt Weihnachtsmann ist, Mann! Okay, wir sind ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja. Ich lebe noch. Ja, Mutti, häng dich fest! Kein Stress! Kein Stress! Was ist los? Da ist der Weihnachtsmann! Hallo, Weihnachtsmann! Na? Alles gut? Alter, kann jemand loslassen? Der Weihnachtsmann fährt einfach... Oh mein Gott! Ich glaube, der Weihnachtsmann... Ähm... Weihnachtsmann? Okay, alles gut. Alter, jetzt lass doch mal das Auto los! Danke! Meine Güte! Ich habe doch gesagt, ich will die Scheidung! Oh! Alter, ernsthaft? Wie zum Teufel sollen wir das denn schaffen jetzt? So, wir fahren da rein. Hä? Komm schon! Fahr da rein! Danke, Weihnachtsmann! So, warte mal. Wir versuchen mal ein bisschen, das auszugleichen. So, wunderbar. Man muss sich ein bisschen anpassen. Es ist nicht so einfach. Da kommen Sägen gerollt. Ah, sehr tolle Idee, Kevin. Richtig tolle Idee. Jetzt rutschen wir hier einfach runter, oder was? Danke, We... Tschüss, Weihnachtsmann! Was ist denn mit dem los? Hat er irgendwie... An... An Rudolf geschnuppert, oder was? Ich sehe einen Looping. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Fuck. Ah, der Weihnachtsmann ist cool. Wir sollten vielleicht auf dem Weg bleiben, Kevin. Wäre vielleicht eine bessere Idee. Sonst ist es viel zu rutschig. Alter, was ist denn da los? Brechen wir jetzt beim Nordpol ein, oder was? Oh Gott. Ähm, ja, das war nicht so gewollt. Stop! Ähm, stop! Stopp! Stopp! Hallo? Stopp! Da ist wieder der Weihnachtsmann. Er fährt immer durchs Bild einfach. Oh, Bomben. Das ist ja toll. Wir fahren mal in diese Richtung. Und versuchen wir zu drehen. Paaren geht es noch gut? Ja, wunderbar. Ich meine, unser Bein hängt zwar ein bisschen aus dem Auto raus. Wir sitzen hinter der Stuhllehne. Ähm, aber das ist kein Problem. Das ist so gewollt. Oh, fuck. Oh, fuck. Komm schon. Checkpoint. Komm schon, Checkpoint. Checkpoint. Sind wir tot? Ich glaube, wir sind... Alter, was ist gerade mit uns? Sind wir im Armaturenbett drin? What the fuck, man? Wir sind tot. Aber wir sind noch durch den Checkpoint gekommen. Zum Glück. So. Wieder in voller Familienmontur geht es weiter. Wir gehen nämlich dieses Jahr den Weihnachtsmann ein bisschen früher besuchen. Ach du... Okay, vielleicht doch nicht. Ich glaube, der Weihnachtsmann hat nicht so Bock auf uns. Alter! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo sind wir hier, Leute? Ah, das finde ich jetzt so ein bisschen... Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Alles klar. Wunderschön. Oh! Ja, das war nicht gewollt. Vielleicht sollten wir das ein bisschen abpassen. Meinst du nicht, Kevin? Vielleicht denkst du mal nochmal drüber nach, ja? Ja, super abgepasst. Wir leben noch. Ja, wir leben immer noch. Wir können zwar nicht mehr fahren, aber wir leben noch. Gar kein Problem. Können wir... Wir können auch fahren. Ne, können wir nicht mehr. Alles klar, ich dachte, wir könnten noch fahren. Schade. Das war aber echt knapp. Das war... Wir hätten es fast geschafft. Oh, das war ein bisschen zu schnell. Schade, Mann. Wir waren kurz davor. Wir wären ein bisschen langsamer gewesen. Dann wären wir perfekt gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Ist ja hier kein Wunschkonzern, liebe Freunde. Autsch. Ich glaube, das kippt Kopfschmerzen. Das... Das tut weh. Das... Das könnt ihr mir glauben. Das tut, glaube ich, sehr weh. Okay. Pan schläft. Der Weihnachtsfahr... Man fährt hier einfach rum. Oh mein Gott. Das Problem ist... Wir sollten wirklich auf dem Weg bleiben, Alter. Ohne Scheiß. Ja. Genau deswegen ist es nicht so einfach. Oh mein Gott. Querstellen. 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 Bremsen. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Alter, das ist so rutschig. Wenn du vom Weg... Wenn wir vom Weg hier abkommen, ne? Das ist mega rutschig. Ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr dann. Ich kann dann halt nur versuchen, mit Gegenlenken ein bisschen dagegen zu wirken. Oh lol. Ernsthaft, 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 ne Mine, Minen, vier Stück, vier Stück auf Eis, wo ich nicht bremsen kann, wo ich nicht gegenlenken kann? Ne, das ergibt keinen Sinn. Ne, das nehme ich nicht so an. Das akzeptiere ich nicht. Nein, möchte ich nicht. Ich habe keine Lust da drauf. Mann, ey. Wir leben noch, alles cool. Uns geht's gut. Ich meine... Ja. Ready for Urlaub. Mutti, gönn sich gerade Mittagsschlaf, also Mitternachtsschlaf und Pan. Pan, der geht's gut. Ja, natürlich. Klar. So, jetzt gönnen sich alle Mittagsschlaf und Daddy muss natürlich weiterfahren, ne? Ja, auf geht's. Ne, das hat keinen Sinn. Das Ding ist, wenn wir getroffen werden vom Hammer, dann ist unser Auto so Schrott, dass wir das überhaupt nicht mehr vernünftig steuern können. Autsch. Hm, dieser Hammer, ey. Dieser Hammer, das ist ja echt nett. Die machen ja echt Spaß. Wow. Wie viel Spaß die machen. Das ist ja Wahnsinn. Perfekter Zeitabstand, Alter. Perfekt. Oh mein Gott, wie gut das war. So, einmal bitte in die Richtung. Ernsthaft? Genau den triffst du jetzt. Oh Mann. Oh Mann. Ich dachte, wir hätten die Hammer durch, ey. Ich dachte, wir hätten die Hammer durch, Alter. Wir haben die Hammer gerade durch. Okay, alles klar. Boah. Ey, das ist gerade echt... Also, es ist echt Anspannung pur gerade, ne? Ohne Witz. So, wenn du jetzt mich noch einmal triffst, dann rast dich aus, Alter. Ohne Witz. Geh weg. Boah, der hat schon wieder auf mich gezielt. Gehen lenken. Gegen lenken. Okay. Das Ding ist... Wir müssen jetzt auf die Minen aufpassen. Nicht so schnell fahren. Schön langsam. Schön Geduld. Schön Geduld. Äh, hallo? Achso, wir sind vom Weg runtergekommen. Alles klar. So, einmal bitte. Alter, dieses Scheißspiel, ne? Ey, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Weihnachtsmann. Weißt du, was du mich mal kannst? Du kannst mich mal kreuzweise, ne? Du kannst mich mal kreuzweise, du dicke, fette Sau. Oh. Ja. Fahr in deine Pampa da hinten, ey. Ich hab nichts gegen dicke Leute, Leute. Nur, der regt mich gerade echt auf. Hör auf, auf meinen Kopf zu zielen. Ich sag's dir, mein... Ich sag's dir, Alter. Fahr... Ja, das kannst du ruhig machen. Ist mir scheißegal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stopp! Wie sollen wir das denn machen? Okay. Ja. Wir fahren wieder raus. Wunderbar. Pan ist schon mal schlafen. Irgendwo im Hotel. In... Ein Checkpoint. Ich glaub's nicht. Wahnsinn. Juhu. Wir haben den Checkpoint geschafft. Da ist direkt der Nächste. Was ist denn hier los, Leute? Glück pur. Juhu. Und da ist direkt noch einer. What the fuck? Da oben tanzt jemand. Wer tanzt da? Da oben tanzt jemand. Ist das Tobi? Loi. Tobi? Ne. Ist nicht Tobi, oder? Ist das der Erik vielleicht? Hallo? Hallo? Leute. Ernsthaft? Ernsthaft? Wir haben den Checkpoint nicht gekriegt. Juhu. Was? Du Kackball. Du Kackball. Warum? Warum tust du sowas uns an, Mann? Oh, jetzt haben wir einen Checkpoint gekriegt. Oh ne, doch keinen Checkpoint. Also. Lebe ich noch? Ich lebe noch. Aber falschrum. Das ist das Problem. Ähm. Ja, gut. Dann nicht. Ne? Probieren wir es nochmal. Jawohl. Äh. Bitte richtig rum. Ja, wunderbar. Perf. Perfekt. Perfekt. Wir haben fast geschafft, Leute. Komm. Jetzt einfach durch da. Durch die Hütte. Einfach durch. Nein, das war kacke. Unser Auto war kaputt, okay? Unser Auto war kaputt. Ich konnte da nichts für, Leute. Ich konnte da nichts für. Kommt schon. What the fuck? What? What? Alter, was? Wir fliegen natürlich genau nach links aus der Strecke raus, ne? Ah, wie geil ist diese Map, bitte, Mann? Ohne Scheiß. Scheiß-Map. Was für eine Scheiß-Map. Alter. Ey. Bitte. Mann. Okay. Ganz ruhig. Eine Umdrehung. Zwei Umdrehungen. Drei Umdrehungen. Vier Umdrehungen. Ey. Wir sollten vielleicht ein bisschen stoppen. So, warte. So. Und. Go. So, jetzt. Jetzt passt es. Jetzt passt es. Jawohl. Wunderbar. Perfekt. Nein. Alter. Du kannst mich doch nicht so verarschen, Mann. Papa Pan. Was ist denn los mit dir, ey? Oh. Hau ab. Äh. What? Hallo? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Geht hier gerade ab, Leute? Ich check ja gar nichts mehr. Ich check überhaupt nichts mehr. Das ist viel zu rutschig. Oh Gott. Ey. Wir können ja gar nicht reagieren. Alter. Im zweiten Anlauf hat es so gut geklappt, ey. Sag mal. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Spiel? Jetzt mal ohne Witz. Was habe ich dir getan? Jawohl. Checkpoint, Junge. Ernsthaft? Ich kann nicht mehr fahren? Oh nein. Du willst mich doch verarschen, ey. Was habe ich dem Spiel getan, Mann? Ey. Irgendwann fange ich an zu heulen. Ich sage es euch, Leute. Was zum Teufel, Mann? Komm schon. Wir leben noch. 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 Wir leben. Leute. Wir leben. Komm, Fahr bitte zum Checkpoint. Alter. Was ist das für ein schwieriger Weg gerade? Komm schon. Komm schon. Ja. Und jetzt nur noch ins Ziel. Okay, das machen wir mit einem neuen Auto. Mit einem neuen Auto müssen wir ins Ziel, Freunde. Kommt schon. Bitte. Bitte. Die Kanone kommt. Oh mein Gott. Alter. Wie sollen wir das denn schaffen jetzt? Das ist doch voll unfassbar. Das ist doch unmachbar. Wir werden ja die ganze Zeit zurückgeballert. So, warte. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Leck mich einfach am Arsch. Ich fahre hier außen lang. So. Kannst du nicht mal. Mir ist scheißegal. Mir ist scheißegal, was du sagst. Nein, Bomben. Es ist mir nicht scheißegal, was du sagst. Nein. Mann. Oh, wir haben richtig geil getanzt. Habt ihr gesehen? Wir haben richtig schön getanzt. Ja, auf geht's. Auf geht's. Alter, das ist doch unmachbar. Also ohne Scheiß. Wie soll ich denn durch diesen Parcours bitte durchkommen, Mann? Das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Ich muss hier rumfahren. Ich fahre jetzt hier rum. Scheißegal. Ich fahre jetzt hier rum und dann werde ich glücklich. Wahrscheinlich kann ich da gar nicht mehr in den Parcours rein, ne? Ich kann gar nicht außenrum. Das kannst du mir nicht erzählen jetzt, Alter. Was ist das denn hier für ein Schatten? Achso, das ist vom Laser, ne? Was passiert hier gerade? Was ist hier los? Da sind überall Knarren, Mann. Überall Kanonen. Geh weg! Geh weg! Alter, du willst mich verarschen! Spiel! Ey, es macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig. Es macht mich fertig. Ich bin fertig. Ich bin am Ende, Leute. Ich bin tot. Ich bin einfach tot. Wir müssen diesen Weg gehen. Es geht nicht anders. Wir müssen diesen Weg gehen. Aber er hat da die Wand gebaut. Da kann keiner rum. Ja, genau. Der schießt natürlich auch auf diese Seite. Natürlich. Ey, ganz ehrlich. Man kann hier nicht durchfahren. Es geht nicht. Du kannst nicht durchfahren. Warte mal. Wir müssen hier... So müssen wir fahren. Alter, das ist unmachbar. Ohne Scheiß. Unmachbar. Die Bomben. Das ist viel zu viel, Alter. Warum müsst ihr denn immer so übertreiben, Leute? Ohne Scheiß. Nee. Nee. Beim besten Willen. Beim besten Willen. Es geht nicht. Ich mach es nicht, Leute. Nein. Ende. Aus. Fertig. Ich fahr jetzt hier ganz hinten durch in die Pampa. Und dann werde ich glücklich sterben. Ich weiß es auch nicht. Alter. Fahr jetzt hier hoch. Du Kack-Auto. Fahr jetzt da hoch. Wir haben dich... Guck mal, wie teuer du warst. Guck mal, wie teuer du warst, du Scheiß-Auto. Fahr jetzt hier rum und mach einfach. Ja? Danke. Alter, ey. Aber ich muss sagen, es ist wirklich kreativ. Dass auch mal hier so eine komplette Eiswelt einfach am Start ist. Wahnsinn. Und dann das halt abseits vom Weg alles rutschig ist und so. Das ist eine echt geile Idee. Muss man mal sagen, ne? Also muss man trotz allem ja wirklich sagen. Und das Ding ist... Ich komm da nicht rein. Ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein. Ich kann es versuchen, doch ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein. Wie kann das doch nur sein? Ich komme da niemals. Ich komme da niemals rein. Vielleicht können wir über die Mauer springen hier. Cheaten wir einfach. Zack. Nee, natürlich nicht, weil wir festkleben. Ich probiere es einmal noch hier und dann... Sorry, Leute. Also ganz ehrlich, beim besten Willen. Weil dieser Weg ist zu heftig. Kannst du vergessen. Du kannst es vergessen. Du bist viel zu langsam. Guck mal. Ich bin die ganze Zeit tot. Ich bin einfach die ganze Zeit tot. Also selbst mit dem Checkpoint hier, das bringt überhaupt nichts. Und vor allem, es reicht ja nicht eine Kanone, ne? Da muss man auch zwei hinsetzen. Nee, komm. Nee, Leute. Es tut mir leid. Ich würde es gerne tun. Ich würde es gerne... Ich würde gerne das Ende sehen, aber es ist nicht möglich. Warte mal. Es gibt noch einen Weg. Einen Weg gibt es noch. Ich habe gesehen, dass da eine Lücke ist. Und da könnte ich vielleicht reinfahren. Aber da sind ja auch Kanonen. Das ist eigentlich aussichtslos, Leute. Das ist aussichtslos. Aussichtslos. Es ist aussichtslos. Oh Mann, ey. Dieses Level lässt mich gerade echt... Es war echt schön. Echt cool. Nur das weiß ich. Ich weiß halt nicht, wie ich jetzt hier reinfahren soll. Da geht es schon los mit den Bomben. Ich fahre jetzt einfach hier rein. Scheiß auf alles. Nein! Oh Mann. Warum tut das so weh? Es tut so weh. Leute. Es tut so weh. Es tut einfach weh, Alter. Es tut weh. Was soll ich nur machen? Was soll ich... Ja, genau. Schießt du auch noch rüber. Du Bastard. Du Bastard! Na sicher. Gönn dir, Alter. Gönn dir einfach. Na klar. Jetzt kommt das auch noch dazu. Wunderbar. Perfekt. Ich weiß, dass ich jetzt drauf gehen werde. Du scheiß Ball! Blaue Bälle! Blaue Bälle. Es ist ein wunderschönes Spiel einfach. Ein wunderschönes Spiel. Wahnsinn. Wunderschön. Ah, ist das toll. Ist das toll, ey. Diese Idylle hier. Diese Idylle. Ja. Diese Idylle. Kevin. Idylle. Was bist du für ein Honk, Alter? Idylle. Äh! Oh nein! Wir sind die Jungs. Wir sind zu fett. Wenn jetzt hier noch ein blauer Ball hinkommt, dann raste ich aus. Ey, ich raste. Fick dieses Spiel. Ja, explodier doch! Es bringt keinem was. Außer euch vielleicht. Vielleicht lacht ihr mich gerade aus. Vielleicht ärgert ihr euch mit mir und ärgert euch einfach den Grund und Boden gerade. Warum ist da ein Blau... Ja, ich kann. Aber es... Tschüss. Tschüss, Mutter Pan. Wir scheißen auf dich, Alter. Wir werden es niemals schaffen, da in diese Lücke zu fahren. Ich bleib dabei. Wir werden es nicht schaffen. Aber wir müssen ja komplett durchkommen. Wow, wir sind in die Lücke gefahren. Wahnsinn. Wenn du jetzt stirbst, ne? Ich sag's dir, Alter. Ey. Ohne Witz. Bitte. Bitte. Wenn jetzt irgendwas kommt, ne? Dann geh ich nach Hause. Wenn da jetzt Minen liegen oder so. Alter! Ja! Ja! Wir sind sechste... Ach komm, ist mir scheißegal. Ist mir scheiß... Leute, danke. Danke. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.